...des Dialekts und wir alle freuen uns auch wie in Peter-Franken-Welt. Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Die Stürme über Nordwest kommen herein über Schleswig-Hussheim und Dwars und Achtern über Hamburg. Ich meine, wenn es so schlecht, dann blieb man zu Hause, ne? Siehst du das, wir haben gerade in Göln eine ähnliche Erscheinung. Ja, der ganze Ring, ne? Nebelfelder, Wolkenbrüche. Hier ist ein Wart am Fisseln, heute ist ein Räne. Und das Meteorologische Institut seit morgen den gleichen Dress. Ist es überraschend gekommen? Und jetzt, wo man sich hingestellt hat, oder vielleicht ist gewohnt, wo es ist gekommen? Ein Schnürring, ein Schnürring haben wir. Ich sage Ihnen, das ist eine richtige Sau, eine Elle Nix, ein Sau, haben wir so erzählt. Aber wir haben noch etwas in der Glücksstab, sage Ihnen, seit drei Minuten haben wir das schönste Wetter. Draht, so, wir haben es so nüßtl. Was immer? Ah, ja, so ist. Hallo, mir sagst du gleich. Im Gratheber fahr ich schon wieder aus. Ist am Regen und jetzt sind die erste Tröpfel schon gerade gefallen. Das Beste, sie geht wieder ins Saisle. Ich weiß nicht, was die Berliner immer wollen, von wem Berlin ist eine Reise wert. Ja, ich erzähle mal, ich habe mir gestern einen leichten Mantel gekauft, ja? Ich gehe raus. Ich habe ja vorhin, sage Ihnen, ich könnte mal peitschen, ja? Jetzt sitze ich damit, also, ich will mal sagen, wenn Sie wirklich nach Berlin kommen, ja? Suchen Sie sich mal eine andere Zeit aus. Also, Suicide, ja? Können Sie sich nasse und kalte Beine auch woanders holen. Ah, ich höre Sie mal, das ist doch furchtbar. Hier bei uns in Frankfurt, in der Kaiserstadt. Ich meine, wir haben doch die Brüder hier von der Wetterstation. Da haben die ihr Büros hier bei uns in der Kaiserstadt und die machen uns so Wetter. Ich meine, das ist doch furchtbar. Also, wirklich, hör Sie mal, Herrschaftsbosse sind es. Das ist furchtbar. Erbarmung, was haben wir in Königsberg? Ein Wetterchen? Na, wenn ich Ihnen sage, also, wir haben keinen Sandsturm, nuscht nicht, nee, nee. Wir haben gar nuscht, keine Springflut, kein Gefrier und so gar nuscht. Das ist ein richtiges Pumuchelskopfwetter, richtig, ja. Also, ich weiß nicht, wir reden oft über das Wetter, aber zur Zeit, man weiß gar nicht, worüber man überhaupt noch reden soll. Lärge, verfluchte Pironie, verstehst du, kommst du nach Brassenau zu uns in die Siebenbürge, verstehst du, wenn du kämpfst, gutes Wetter, kommst du nicht schlechtes Wetter, aber wenn du kämpfst bei Ihnen Wetter, kriegst du immer einen guten Schnaps, verstehst du. So machen wir das. Ich möchte mal hier was verkünden. Meine Damen und Herren, was ist das für Gelabern ums Wetter? Ich will Ihnen mal ganz ehrlich meinen Rat sagen. Das ist nämlich Irchenzöhn Lümmich, der hier Anfragen stellt. Und wir wissen auch, woher diese Anfragen kommen. Nämlich von den monopolkapitalistischen Ländern. Und darum sagen wir, wir schalten ab. Ja, das ist toll, Mann. Danke. Das ist ein Mann.